Es gibt nichts. Die Amts vom Essen sind schon lustig mit dem Lättich. Ja, Konstanz Cantino und es gibt lustiges Essen im lustigen Licht. In 3D Farbe. Die Karotten sehen echt geil aus, oder? Ja, schaut euch mal aus. Krass die Karotten an hier in Konstanz in der Kantine. Schau, wie ihr wollt im 3D. Karottenersatz. So wie das? Phosphor-Karotten. Phosphor-Karotten. Jetzt seid ihr mal so Gespräche hier, Jungs. Das ist so ein Medium, wo man auch Audio... Ich kann heute auch nicht reden. Kitty, ich hab gestern bis 4 Uhr gesauft. Echt? Ich bin ganz komisch und bin um 8 aufgestanden. Ich hab 4 Stunden nur geschlafen. Heftig Algo. Das war echt klasse. Hab den anderen besucht in Köln oben. War krass. Jetzt gibt's hier in Konstanz lecker Essen. Und nachher machen wir einen geilen, geilen Auftritt. Was ist das? Boah, was ist das? Was für Farbe, ey. Das ist hier Yin-Yang-Essen. Yin-Yang, ich hatte das gestern schon, ey. Ich geh jetzt ein bisschen vor einer großen Weihnachtsfeier oben im Saal, die gerade betrefft. Ist das geil. Ja, Leute, das wird bestimmt ein schöner Abend, wenn es das so lecker zu essen gibt. Hört Bescheid, schaut vorbei. Okay. Vielen Dank.